Jo Leute und Damen und Herren, willkommen mal wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop Video und der Shop müsste gleich auch schon da sein, ja in knappen 3 Sekunden und dann mal schauen was da heute so reinkommt, ehrlich gesagt in letzter Zeit nicht so krasse Sachen hier gewesen, wobei heute ich sehe schon oben was krasses und ich würde sagen, ich gehe direkt mal oben hin Spider-Man Zero Paket, oha also neues Spider-Man Paket, das sieht schon mal echt heftig aus, auch hier mit dieser Animation im Hintergrund, nice, ok, Hachiford Paket und die täglichen Sachen, ok und interessant, Regenbogenroial immer noch da, also die gerade Sachen sind noch geblieben, Doom Paket auch noch und das war's dann hier, ok, ich würde sagen, fangen wir natürlich oben an mit dem Spider-Man Zero Paket, ok, also hier der Spider-Man jetzt am Start in einer weiteren Variante, hier blende ich mal kurz ein Bild ein, das ist ja der erste Spider-Man Skin, den es im Spiel gab und das ist jetzt hier die Spider-Man Zero Variante mit Rücken-Astressort und dann gibt es noch die passenden Netzspalterhacke und hier noch ein Mode Spider-Man Landung, das sollte glaube ich jeder kennen, das ist natürlich von Spider-Man ist man natürlich gewohnt, heftiges Paket, kann man noch mal einzeln kaufen, die Sachen, ich denke mal hier ist dann das Mode nicht dabei, schade, ist also kein Sekretes Mode, kann man sich also einfach so kaufen, ok, nice Sachen, vorgestellte Sachen, Rotate Jade nochmal hier, ehrlich gesagt auch kein besonderes Skin, weil der sehr sehr oft hier ist, Vitoria Saint, ganz nice gewesen, mit Flock und Stalker, hier diese Hacke, Motorrüpel nochmal hier, der damals echt selten war, ansonsten Biker Rucksack und der Gleiter noch am Start, ok, ok, Hachivat Paket mit dem Hachivat Skin, Rückmesser, dieser Axt hier und dem cool animierten Gleiter, ehrlich gesagt aber auch keine so krass besonderen Sachen mehr, gibt es noch in der dunklen Variante sehe ich gerade, ok, und die täglichen Sachen, das sah kurz aus, als wäre hier etwas seltenes bei, ich bin mir nicht ganz sicher, schaue ich dann gleich mal ab, trinke nochmal hier, bis auch nochmal hier und dann gibt es Wackeln, auch schon echt uralteres Mode, Tambor Major auch nochmal hier, ich glaube das habe ich schon länger nicht mehr gesehen, und echt heiß ist auch nochmal da, und zu guter Letzt nochmal riesiges Popcorn, eventuell was seltenes bei, ich würde sagen, ich gucke mal nach, ok, interessant, riesiges Popcorn und Wackeln im Monat her, echt heiß, 129 Tage, Tambor Major wie ich es bedachte, seltener, 231 Tage, aber Biskin ist 316 Tage her, das ist schon wirklich heftig, und Abtraining ist ein Monat her, ok, hat sich das Paket auch nur ein Monat her, und auch die Sachen sind nur so ein, zwei Monate her, ganz oben natürlich das neue Spider-Man 7 Paket, was auch wirklich sehr, sehr nice ist, ok, und das war es auch schon.